Frau Lai, Sie hat vor einigen Jahren nach dem Tod eines Nachbarn einen Nachtodkontakt erlebt. Wie kam das? Das war so, vor circa 30 Jahren, als wir noch an einem anderen Ort wohnten, hatten wir in der Nachbarschaft eine Familie, die von einem grausamen Schicksalsschlag betroffen wurde. Der Mann verlor durch einen tragischen Unfall sein Leben und hinterließ eine junge Frau und zwei unmündige Kinder. Als ich die Frau besuchte, um ihr mein Beileid auszusprechen, sagte sie mir, dass sie einfach zurzeit nicht aus dem Haus gehen könne. Sie möchte niemanden sehen und schon gar nicht ins Dorf. Sie möchte nicht angesprochen werden auf ihr Schicksal und auch nicht darüber reden. Ich hatte dann plötzlich die Idee, ich könnte sie mit auf meine Hundespaziergänge nehmen. Ich schlug ihr vor, so zweimal in der Woche mit mir, mit dem Hund spazieren zu gehen. Wir würden mit dem Auto dahin fahren, in den nahen Wald und dort hätten wir unsere Ruhe und sie könnte über alles reden, das sie so beschäftige. Sie war sofort damit einverstanden. Und wir fingen eigentlich unmittelbar mit diesen Spaziergängen an. Wir waren vielleicht zwei Wochen miteinander unterwegs, als ich eines Nachts plötzlich schlagartig das weisse, deutliche Gesicht meines verstorbenen Nachbarn vor mir sah. Ich wusste sofort, das war kein Traum, das war real, er war da bei mir. Und er übermittelte mir, ohne Worte eigentlich, aber ich verstand es ganz genau, sagte er mir, du, die Spaziergänge, du, die mit meiner Frau machst, tun ihr sehr, sehr gut. Bitte mach das noch eine gewisse Zeit weiter. Er sagte das sehr intensiv und dringlich. Und dann war er wieder verschwunden. Ich weckte meinen Mann und erzählte ihm von meinem Besuch in dieser Nacht. Er hatte natürlich nichts davon mitbekommen. Haben Sie das der Nachbarin erzählt? Ja, ich habe es ihr natürlich erzählt. Und sie war erstaunt, aber sie hat sich auch schon mit diesen Dingen befasst. Und der Todesfall, das Schlimme, ich glaube, das brachte sie irgendwie noch näher. Obwohl es ja wahnsinnig schwer ist, auch wenn man weiss, der Partner lebt weiter. Aber woanders. Wie deutlich haben Sie das Gesicht gesehen von diesem verstorbenen Nachbarn? Es war, irgendwie sah ich nur sein Gesicht, ganz blass. Aber ich erkannte sogar eine Zahnlücke, die er hatte. Habe meinen Mann noch gefragt, wo hat er eine Zahnlücke? Weiss ich nicht. Fragte ich seine Frau, die sagte, ja, das hat er. Und es war einfach so alles so sonnenklar für mich. Keine Frage. Warum meinen Sie, ist dieser verstorbene Mann zu Ihnen gekommen und nicht zu seiner Frau? Ja, ich denke, erstens machte ich ja die Spaziergänge. Und das war seine Bitte an ihn, an mich, dass ich das weiter tue. Dann kommt dazu, er wollte vielleicht seine Frau nicht erschrecken. Und das Nächste war, dass mein Mann und ich schon seit vielen Jahren auf diesem Weg waren. Wir glaubten an das Weiterleben, an das unmittelbare Weiterleben nach dem Tod. Und er wusste das vielleicht auch und wusste bei mir, würde seine Bitte auf fruchtbaren Boden fallen. Vielleicht war es das. Frau Lai, Sie haben gesagt, dass man unmittelbar nach dem Tod weiterlebt. Wie meinen Sie das? Ich denke eben, dass der materielle Körper bleibt selbstverständlich zurück. Und das Geistige geht weiter ins Leben nach dem Tod. Ich stelle es mir fast ein bisschen so vor, wie von einer Tür ins andere Zimmer zu gehen. Das eine Leben ist hier, das andere dort. Und man findet sich, was ich schon gehört habe, eigentlich sofort zurecht. Wenn man sich zu Lebzeiten auch ein bisschen damit befasst hat. Alles, was man weiss, denke ich, hilft. Sie haben sich schon länger mit diesen Fragen befasst. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, es war irgendwie, musste einfach so sein, Führungen. Man bekam die richtigen Bücher, traf die richtigen Personen. Und im Laufe der Jahre hat sich das einfach immer verfestigt. Am Anfang, ja, hat man noch viel darüber, war man sich vielleicht nicht so sicher. Aber irgendwie war man immer wie mehr mit diesem Wissen einfach beruhigt. Das ist der Angst vor dem Sterben. Gut, die Angst ist da, man geht nicht gern weg. Aber nachher weiss man ja, es geht weiter. Und man kommt dorthin eigentlich, wo man passt. Dieses Wissen war das Wertvollste in unserem Leben. Wir haben es Gott sei Dank relativ rasch erworben. Wir waren Mitte 30 so. Was auch schön war, dass das gemeinsam mit meinem Mann so, wir waren beide auf dem gleichen Weg. Und das war natürlich auch eine große Hilfe. Wir haben auch immer wieder die Hilfe aus der geistigen Heimat verspürt, die Hilfe in allen Problemen irgendwie. Wir hatten schon auch Probleme, das ist klar. Aber man bekam immer die passende Hilfe. Aber man muss natürlich offen dafür sein und auch darum bitten. Das ist klar. Ich denke, man muss alles schon ein wenig mitbringen, dass man einfach das Wissen nicht das erste Mal hat. Davon bin ich ja überzeugt. Das bedingt aber den Glauben an die Wiedergeburt. Aber ich denke, man ist bereit dazu oder nicht bereit. Und dann nimmt man es auf und dann kommt man an die richtigen Orte, zu den richtigen Dingen. Und wenn man natürlich total abschottet alles, dann geht es weniger gut. Man ist ja trotzdem betreut, aber es kann nicht so geholfen werden, wie wenn man offen ist dazu. Ich bin einfach der Meinung, dass die Jenseitigen den Auftrag haben, also viele von ihnen, uns zu helfen. Und wenn wir darum bitten, ich denke, wir haben immer Führungskräfte, Führungsgeistwesen, man kann auch natürlich sagen Engel, Engel ist immer was Schönes, dass wir auf jeden Fall Betreuung haben, einfach, aber man muss darum bitten. Gut, sie können auch kommen, ohne dass wir bitten, aber das Ganze ist natürlich besser, wenn man offen ist und eben um diese Hilfe betet, halt immer wieder. Und das müssen keine stundenlange Gebete sein. Ich beispielsweise, ich bete immer, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Das dauert manchmal auch ein bisschen länger. Dann habe ich auch meine Ruhe. Was für Erkenntnisse konnten Sie aus dieser Erfahrung gewinnen? Ich weiss einfach, dass das für mich eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens war. Es ist schon lange her. Es ist völlig unvergessen. Und es bestätigte mich einfach in meinem damals schon festen Glauben an das Weiterleben. Es bestätigte mir das in aller Deutlichkeit und Klarheit. Und das war für mich ein Trost, ein Glück und einmal mehr ein Puzzleteil. So ist es. Es geht weiter. Und was ich auch noch ganz besonders fand, dass der Verstorbene sich um seine Familie kümmert und sogar versuchte, zu helfen. Und sein Vertrauen in mich rührt mich eigentlich immer noch sehr. Frau Lai, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön auch.